Ja, und so mit herzlich willkommen zurück zu The Invincible. Ich packe mal hier... Unsinn. Detektor raus. Suche mal die Gegend ab. Schliesslich ist Dr. Gorski ja dieser Spur hier gefolgt. Er wird ja wissen und dann ist er verschwunden gegangen. Niemand weiß wohin. Oder wo er ist. Hey. Okay. Warte. Was war das denn, bitte? Sie hat gerade ein Foto gemacht. Es geht da lang. Aber trotzdem möchte ich kurz mal hier schauen. Auch wenn hier... ...gar nichts ist. Gehen wir wieder zurück. ...interessante... ...komische... ...weise, wie das Ding hier sich durchschlingelt. ...ziemlich anstrengend hier. ...wie... ...die probe detected etwas. Ich sehe das in die Redix. Was ist es genau? Die Struktur aus den Noten. Es schläft die Beschrift perfekt. Well done, Luna. I knew I could count on you. Well, we didn't bring it to the surface for no reason. Even in the first stage procedure. And now I'm going to apply for my own. As soon as you find Dr. Gorski, I'll see to it myself. All right, how about our point? What does it look like? What caught the doctor's attention? The structure took a very straight course locally, going way down. It's sort of a pylon. Do you think someone put it here, built it? It sounds absurd, but seems so. The next point, the third one, is a metal bundle. Running along the bottom of some water reservoir. Interesting. An object as such should be easy to locate. Okay, das ist Nummer 2, die wir hier haben. Water tank underground structure. Das heisst, wir wollen einfach weiter hier dem Strang folgen. Hoffnung, dass wir dieses Unterwasser-Ding entdecken. Ei, Untergrundwasser-Ding entdecken. Nein, das sieht schon anders aus. Oh, das sieht schon anders aus. Und das sieht schon aus. Der Tracker war es auch nicht Okay, jetzt geht es hier nach rechts hoch Da kann ich leider nicht lang Okay, einmal nach hier drüben Und einmal hier runter Doch das Wasser Wenz Wasser ist Okay, das ist der dritte Punkt Water Tank Underground Structures Here the biggest one yet inside Hill Im Innern des Einsbergs 150 Meter tief Hier sind überall diese Dinger unter uns Schon echt komisch Oh, er leuchtet es irgendwie komisch Rot Und ein Geräusch Das ist ein Vulkan Oh, der Lava Mach mal kurz Platz Ich möchte ein Bild machen Junge, Junge Komm, flieg mal weg Lava Geht weiter nach da hinten So, jetzt Und auch nach da hinten Da geht es nicht lang Oder doch, da geht es lang Schätz mal hier lang können wir nicht Oh, doch Oh, doch Wenn wir Volkanologie Eh, Volkanologie Sorry Die Structures Es geht hier Es geht hier nach oben Mega weit nach unten Und da ist noch so ein Strang Und hier In diese Richtung Aber auch in die andere Richtung Okay, ich glaube Wenn wir hier nach links gehen Kommen wir dahin Wo wir vorhin waren Wo es nicht weiter ging Also ist das eigentlich einfach Wahrscheinlich bloß eine Abkürzung Oder nicht? Doch Alter Ja, hier waren wir schon Dann geht es auf jeden Fall In die andere Richtung Wechsel Finden wir da das Diese Oberflächenstücke Diese Oberflächenstücke Das ist eine Abkürungstücke Das ist eine Abkürzung Und da unten einfach weiter Aber es muss was an der Oberfläche sein Und dann geht es hier nach links rüber Dann geht es hier nach oben Und dann geht es hier nach oben Und dann geht es hier nach oben Ich weiss, man sollte nach links laufen, aber ich möchte trotzdem hier kurz schauen, ob es hier was gibt. Hier unter mir ist ein riesiger Strauch wieder. Es geht nicht mehr weiter, aber das sieht verdammt gut aus. Oh, mit diesem roten Mond oder Sonne. Junge, Junge, Junge. Das Spiel finde ich bis jetzt ziemlich nice, muss ich sagen. Auch wenn es nur ein Walking Simulator ist. Es hat was. Es hat irgendwas. Ich habe eine Gefühl, dass wir in der Nacht sind. Wir müssen einen Weg finden. Ja, wir versuchen es ja irgendwie. Aber das Teil ist unendlich lange. Wie es mir scheint. Hier gibt es wieder was im Berg drin. Zumindest sind die jetzt beide in Sicherheit. Und die Leiche. Später im Schiff zum Untersuchen. Wie und warum sie genau gestorben ist. Was? Ich habe das reportet. Sieht echt strange aus. Es geht hier unten weiter. Diese Richtung. Das ist eine Fahne von uns. Invisible. Invisible from point four. Asimus 350. Distance 200 m. Copy that. I'm sending the probe. Ich sehe gar nichts. Hä? Er hat die Sonde geschickt. Da hinten. Da hinten. Da. Ziemlich weit weg da hinten. Aber nicht zu schnell. Ich muss sagen. Ich muss sagen. Es ist ein cleverer device, diese Probe von uns. Sie können nicht fliehen so lange. Ja. Longer als du auf deinen Fuß kannst. Sieht wie die perfekte Untersuchung. Vielleicht sogar besser als ein Mensch. Das ist nicht zu exagieren. Ich bin ja mal gespannt, ob wir Dr. Gorsky wirklich finden werden. Und wenn wir ihn finden werden, ob er noch am Leben ist. Und auch was mit diesen Büschen auf sich hat. Eigentlich muss das Leben als wissenschaftlich schon ziemlich interessant sein. Wenn man immer neue Dinge entdecken kann. Ja, Luna, wie geht's weiter? Ich hätte jetzt mal gedacht, hier hoch und dann da lang. Aber das lässt mich das Spiel nicht. Da hoch geht's auch nicht. Stand gerade was vom Bericht. Kann ich irgendwie noch einen Bericht senden? Ich bin doch nicht so doof. Aber wie in Außenrum. Ja, ich bin doch. Gut. Ich bin doch nicht. Ja, ich bin doch nicht. Ich bin doch nicht. Aber das Modul von Verhältnissen hat sich bereits sehr verbessert. Die Begrüßigkeit erhöhten. Die Begrüßigkeit erhöhten. Die Begrüßigkeit? Wie kann man uns? Wirklichen Wesen, die Begrüßung so schnell zu entwickeln? Nein. Nicht im Laufe der Erwachen. Man kann nicht perfekt eine Person so. Das ist richtig. Du kannst nicht. Wir warten 1000 Jahre für die Veränderung des Veränderung. Oh, hast du angefangen für deine Position? Well, alles zeigt, dass die klar distinction zwischen Menschen und Roboter wird bald verabschiedet. Und dann was? Well, if we assume that they'll surpass us, things will get complicated. Because in order to program a brain with computing power equal to that of a human, you need a brain with computing power higher than that of a human. Ergo, a man cannot make a machine smarter than a man. Then who else would design it? Self-learning algorithms? Some spontaneous process? Or pure chaos? Something inhuman, that's for sure. Shhh, Astrogator. Can you hear that? Uh, what am I supposed to be hearing? That's the point. Nothing. Silence. We're talking about robots, and Dr. Gorski still hasn't spoken on the channel. Well, I don't know. He must be a long way from here. Dr. Gorski? Are you here somewhere? Was sie recht hat, hat sie recht. Was die Maschine angeht. Irgendwann werden Roboter, Roboter programmieren. Und erschaffen. Und dann haben wir Menschen. Möglicherweise ein Problem. Aber ich würde sagen, wir schauen beim nächsten Mal wieder. Weiter. Was uns hier mit diesen Büschen erwartet. Ich bin gespannt. Bisher finde ich das Spiel ziemlich cool. Ich habe es um irgendetwas etwa eineinhalb Stunden gespielt. Ich finde es interessant. Es macht Spass. Ich bin da ziemlich interessiert, wie es weitergeht. Von daher vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Schau. Tschüss. Schau.